immer mehr ich hab schon 11 KS WTF ich hab am zweit meisten ich dachte ich hätte am wenigsten ja das würde sich sogar ausgehen wenn alle doch nicht kommen sie ok mein Ende da wär so ein Gutdings bei uns hier kommt welche aus der Zone da ich würd mal da hier herfahren lila 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 ja jetzt haben wir den a ne Backe den nixern da unten ist die Blutbombs Wo war die Medaille? Die war doch irgendwo da drüben. Ja, die war bei Ruined Reels. Ach, wo wir hergekommen sind, ist unser Kopfgeld. Kämmt die jetzt schon mal rein. Ja, der ist. Achtung. Ja, zauber. Mehr als einmal ist nicht witzig, Digga. Mehr als noch einmal ist nicht witzig. Nein, 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 will ich auch nicht, nein, will ich auch nicht. Digga, was habe ich jetzt weggelegt? Meine AR. Ich will meine AR wieder. Hat irgendwie meine AR genommen? Ah, da. Geht mir das auf den Sack, dass du hier jedes Mal eine blaue Sniper hast, aber die einfach nichts bringen. Geht mir das an. Kein Köln, die visualisiert. Sondern die Grünen. Besseres. Ehh, unser Kopfgeld kommt. Kann es sein, dass hier unten im Wasser nach... Ach, am Berg um. Ne, doch nicht. Lass mal aufm Berg, fahr aufm Bergkonvert runter. Sein Auto. Mach einer am Berg oben. Damit wäre gut. 100er-Hit. Ja, los. Mann, ich habe ihn nicht gekriegt. Ja, ich habe schon dreimal gesnipet und im letzten Jahr genau bloß 100, aber ich dachte, ich treffe seinen Kopf. Das ist Teamweb, gell? Wir könnten auf der Insel da eigentlich raus. Oder sind die da? Die da, die da, die da, die da, die da. Fuzzi hast du Medis? Ich habe drei Medis. Ja, ich habe auch drei. Ich habe auch drei. Ich habe drei Bigis oder Medis? Ja, aber da hast du ja immer das. Dann kann ich die da weglegen. Faltet sie da weg? Da ist ja oben. Der eine ist runtergefallen. Da oben chillt einer. Weghol dich. Ich komme bin schon da. Auch wenn mich der eine vorher runtergeschmissen hat, weggesprengt hat. Glaube ich, dass es der war. Oh, der schießt auf mich. Von oben. Wo? Von oben. Warte, ich will euch mal eine Burg hin. So. Ich lieb's mit Burgen zu spielen. Wenn wir da alle hier hochpushen. Das sind noch drei, vier. Wir sind zwei andere Team sind da. Ist schon wieder so spät? Ist schon wieder so spät, ja? Ja. Ja. Ja, eigentlich wäre es dumm, wenn wir den Fight anfangen, weil dann kommt der Party. Oh! Ich bin entdeckt. Nein! Nein! Die sind sogar hoch. Du bist auch hoch. Ja, weil ich gerade geschauen wollte. Nein, ums Ecke ist einer down, das ist noch einer. Wer kommt? Ich sterbe da keiner mehr, oder? Nimm eine Miris mit. Dann nimm meine Miris mit. Ah Digger. Auf diesen Dreckskreis. Ich kann nur einen mitnehmen. Einen was? Ja, ein Spannung. Nein, jetzt bin ich zu weit gehüpft. Ich bin zu weit gehüpft. Oh, ich habe mich mit dem Greifhack noch gesaved. What the fuck. Ja, ich werde es gleich trotzdem nicht packen, Mega. 8.000. Ich brauche auf jeden Fall da ein Midi von dir. Mega, war das halt ein Amtfuck gerade. Leck mich am Arsch. Leg schon mal ein Midi bei dem. Ach, sind es drei Teams, ne? Es sind auch drei Teams. Ja, perfekt ist ein Hinterpfeil. Ich hoffe, wenn ich jetzt runter springe, dass ich nicht auch tot bin. Ach gut, krass. Hä, wieso bist denn so runtergesprungen? Vom Baum. Hilfe, schnell hoch, schnell, schnell. Warum hast du die Frage? Weil ich dumm bin. Ah, ja, ja. Ah, ja, 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 ja. jetzt klettert noch hoch du Hund boah macht mich das aggressiv ja die schießen die irgendwo irgendwo haben die hier gerade geschossen die hab ich geworfen keine Sorgen die gehen hier hinterm Hause haben geschossen die müssen auch hier noch sein wir müssen aufpassen dass sie nicht rebooten oder so ein Bumms ah da läuft einer da jetzt sind es auch noch vier Leute da hinten läuft der aber wir müssen auch zu denen alter mich hat einfach gerade der Greifhacken gerettet weil ich sonst von der Insel runtergefallen wäre also ich bin von der Insel runtergefallen aber ich habe auch die letzten Meter noch einen Greifhacken es sind zwei für ein vierteam ja die haben auch nicht bedagiert da ist gerade einer hochgelaufen gewesen also ein bisschen vor unserem vor dem Marker ich habe auf jeden Fall Taschenburgen sollen wir links hoch gehen ich würde mal ich würde links an die Zone eigentlich gehen dann gehen wir aber auch von den Gegnern weg da oben schießt schon wer ja von oben schießt schon wer das sind zwei Teams ne das ist ein Team das ist hier eine Taschenburg aufbaut von rechts snipe ach die müssen kommen Digga da links 100er Hit ah Digga der Hit downed alter was war das ein cleaner Hit 100er Hit nochmal hinterm Baum der geht zu dem der holt den hoch der schon tot ist hinter dir hinter dir wo ist der andere eine einer noch vor mir und einer am Berg da irgendwo ach Digga ich habe gerade nur geschaut als ob mich die jetzt ohne Scout geholt hat ich sehe ihn nicht wir haben Berge irgendwo oben oder so ey ich kann dir kurz wir haben Berge oben und da herunten irgendwo ah Digga wieso kassiere ich so oft One Shots das nervt ich bewege mich sogar ja 3 gegen 3 ich weiß nicht warum der eine überhaupt noch wo ist denn der 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 den anderen hoch geholt hat da sind zwei oben ja einer hinten und einer vorne am Baum der ist schon weak ach Digga die sind beide oben noch rechts oben noch rechts oben noch rechts oben noch gues auf weise aber nenne piste gues auf der schnell Digga meine Taschenblumen also Schockgun den Schockgun nein nein ja Digga Scheiße ich hätte nicht snap werden dürfen jetzt haben wir bei uns bleiben müssen warst du nicht hinter mir ja es waren halt zwei einer down und einer hunderter hit und dann dachte ich mir wenn wenn die zwei schon mal raus sind dann ist nur noch 4 gegen 2 und ich hatte ja 3 Taschenburgen dabei also ich dachte selbst wenn die irgendwie auf mich snipen würden dann kann ich immer noch mit Taschenburg und du bist mir ja nachgelaufen ja weil ich gesehen habe dass du allein bist eigentlich habe ich mit Sammlern müssen ich habe es nur nicht gecheckt als ich die dann weggesprengt haben war der eine in der zone den habe ich dann gefinisht ne dann habe ich dann gedauert aber der zweite war dann irgendwo anders keine ahnung machen wir jetzt mit mit neuem Team oder einem Team also hier habe ich klar neues Team ach so ja ich habe auf dem Team aber die sind da raus ja 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 aber schau das ist schon mal sinnvoller das ist schon mal viel sinnvoller